Der Prolog von Orit vom 24. Oktober Gedenken Der heilige Märtyrer Aretas litt für den christlichen Glauben mit mehr als 4000 christlichen Priestern, Mönchen und Nonnen, Frauen und Kindern. Aretas war der Erparch der Stadt Nagran im südarabischen Land Omia. Er war 95 Jahre alt, als das Materium erlitt. Damals regierte Dunahan, ein grausamer hebräischer Verfolger der Christen. Entschlossen, alle Christen aus seinem Land auszutilgen, umzingelte er die christliche Stadt Nagran und sandte den Einwohnern eine Botschaft, in der er androhte, alle zu töten, wenn sie nicht von Christus abließen. Die Einwohner schlossen die Tore und Dunahan versuchte lange Zeit erfolglos, die Stadtmauer zu stürmen. Dann schwor der gesetzlose Gouverneur den Einwohnern, er würde ihnen nicht zu Leide tun, wenn sie ihm nur die Pforten öffnen würden, sodass er seinen Tribut empfangen könnte, den sie ihm schuldeten. Dann würde er sie zugleich zurückziehen. Die Christen glaubten ihm und öffneten die Pforte. Daraufhin ließ der Eidbrüchige des Kreisen Aretas den Klerus und andere angesehene Staatsbewohnern zusammenkommen und enthaupte sie alle mit dem Schwert. Dann richtete er ein grauenvolles Gemetzel in der Stadt an. Als der byzantinische Kaiser Justin davon erfuhr, war er tief erschüttert und schrieb dem äthiopischen König, er lässt Bahn einen Brief, in dem er ihn bat, mit einer Armee gegen Dunahan vorzugehen, um das unschuldige Blut der Christen zu rächen. Alice Bahn gehorchte Justin und griff den Gouverneur von Omer mit seiner Armee an, besiegte ihn, schlug seine ganze Armee und enthauptete ihn. Durch eine Offenbarung Gottes wurde ein frommer Mann namens Abramius zum Gouverneur von Omer ernannt. Und wiederum durch Gottes Offenbarung wurde der heilige Gregorius von Omer zum Erzbischof eingesetzt. Die Christen bauten die Kirche der heiligen Dreiheit in Nagran wieder auf, die Dunahan abgebrannt hatte, und errichteten auch eine Kirche für den heiligen Märtyrer Aretas und die anderen Märtyrer von Nagran. Der heilige Aretas und andere erlitten das Materium und entfingen die Grenze der Märtyrer im Jahre 523. Der heilige Elisban, König von Äthiopien Vom Eifer für den christlichen Glauben entflammt, hob dieser fromme König eine Armee aus gegen den Gouverneur Dunahan, den boshaften Christenverfolger, im Land Omer. Doch zu Beginn des Kampfes hatte Elisban wenig Erfolg und viele aus seiner Armee kamen in der trockenen Wüste um. Daraufhin weinte er bitter vor Gott und gelobte, Mönchgotte zu werden, wenn Gott ihm helfen würde, den Todfeind des Christentums zu besiegen. Elisban besiegte Dunahan und kehrte nach Äthiopien zurück, verließ sogleich den Königshof und trat in ein Kloster ein, wo er 15 Jahre lang ein strenges, asketisches Leben als wahrer Mönch lebte. Gott gewährte ihm die Gnade der Wundertätigkeit, vor und nach seinem Tod. Er entschlief in Frieden im Jahre 555. Die Ikone der Allheiligen Gottesgebührin, Freude aller Trauernden Dieser Name ist eine der wundertätigen Ikonen der Allheiligen Gottesgebührin gegeben. An diesem Tag wird die Ikone wegen der wundersamen Heilung Elphimias, der Schwester des Patriarchen Joachim in Moskau im Jahre 1688 gefeiert. Elphimia hatte eine tiefe Wunde in der Seite und da die Ärzte mit ihren Heilmethoden keinen Erfolg hatten, betete sie unter Tränen zu Allheiligen Gottesgebührin. Dann hörte sie eine Stimme. Elphimia, geh zur Kirche der Verwandlung meines Sohnes. Dort wirst du die Ikone Freude aller Trauernden finden. Lass ein Priester für dich vor dieser Koning beten und du wirst geheilt werden. Elphimia tat dies und wurde sogleich gesund. Der Gott geweihte Arefa Aretas aus dem Kiefer Höhlenklöster entschlief im Jahre 1190. Siehe unten Lobe, Sünde Ikone der allheiligen Gottesgebührin, Freude aller Trauernden O allheiligste Mutter Gottes, Freude aller Trauernden, Gewehre Barmen und Sündern, Dein Sohn sitzt nun auf dem Thron des ewigen Reiches Und all unsere Nöte siehst du, Du weißt um sie, wenn sie geschehen Und hast viel Schmerz gelindert und Elend der Bekümmerten. O allheiligste Jungfrau, höre nicht auf, Bis zum Ende der Zeit zu beten für die Rettung unseres Geschlechts. Gott hat dich mehr verherrlicht als die Seraphim, O eile zu uns, Freude aller Trauernden. Betrachtung Wenn ein Heiliger eine Übertretung begeht, fällt eine größere Strafe auf ihn als auf einen gewöhnlichen Menschen, der im geringeren Maß dem verborgenen Willen Gottes hingegeben ist, wenn dieser dieselbe Tat begeht. Der heilige Arefa Aretas war ein Mönch im Kiefer Höhlenkloster und er war sehr habgierig. Berge von Gegenständen befanden sich in seiner Zelle, von denen er nicht das geringste Stückchen abzugeben bereit war. Doch dann erkrankte er sehr schwer und sah in einer Vision, wie die Dämonen den Engeln seine Seelen drissen und riefen, sie gehört uns, sie gehört uns. Wobei sie Arefas Habgier und seine Neigung zum Besitz als Beweis anführten. Als er von seiner Krankheit genaß, änderte Arefa seine Lebensweise und von diesem Augenblick an achtete er einen irdischen Besitzer für nichts. In seiner Liebe vergab ihn Gott und verlieb ihm später große Gnade. Ein anderer Mönch in dem Kloster, in das der selige Kaiser Elisban eintrat, ging gern in die Taverne, wo er sich betrank und sogar mit Frauensittenlos verkehrte. Eines Tages, als er von der Taverne zurückkehrte, fielen riesige Schlangen über ihn her und verfolgten ihn. In großem Schmerz und Qual schrie der Mönch, wie er vor dem heiligen und gerechten Elisban fliehen würdet, so geht jetzt von mir. Und die Schlangen hielten plötzlich inne. Dann hörte der Mönch etwas, das einer männlichen Stimme glich und von den Schlangen ausging. Ein Engel Gottes hat mir befohlen, dich wegen deiner Unreinheit und Unflechtigkeit zu beweisen, denn du hast versprochen, Gott in Reiner zu dienen. Doch jetzt besuldest du dein Leib und erzürnst den Heiligen Geist. Der Mönch gelobte, nicht mehr zu sündigen, kehrte ins Kloster zurück und sündigte nicht mehr bis zu seinem Tod. Auf solche Weise züchtete Gott und erbarmte sich auf die Gebete des heiligen Kaisers Elisban. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über den wundersamen Besuch des Engels Gottes beim Hauptmann Cornelius, Apostelgeschichte 10. Wie Cornelius in einer Vision am Tag deutlich ein Engel Gottes sah, der ihn beim Namen rief. Wie ihn Cornelius erschrocken anschaute und sagte, Was ist her? Wie der Engel ihm sagte, er solle nach Joppe zum Apostel Petrus gehen, der zu ihm Worte über die Rettung sprechen würde. Homilie Über die deutliche Ankunft Gottes Gott wird sichtbar kommen, unser Gott, und wird nicht schweigen. Psalm 49, Vers 3 Die Berufung eines Herrführers ist anders als die eines Richters. Ein Herrführer zeigt sich dem Feind nicht zugleich, sondern überlässt es dem Feind, zu bestimmten Schlussfolgerungen über ihn zu gelangen. Dein Herrführer ist vor allem dazu da, zu erobern. Ein Richter jedoch zeigt sich denjenigen, die er zu richten hat, sofort. Die Berufung eines Lehrers ist von jener eines Richters verschieden. Die Arbeit des Lehrers besteht vor allem darin, jene, die er unterrichtet, zu belehren, und daher begibt er sich oft auf deren Niveau, um mit ihnen wie mit einem Freund zu sprechen. Ein Richter jedoch muss sich von Anfang bis Ende jenen, die er zu richten hat, als Richter zeigen und als nichts anderes. Die Berufung eines Arztes ist anders als die eines Richters, und dieselbe Weise des Vergleichs kann wie in den ersten beiden Beispielen angestellt werden. Gott, meine Brüder, offenbarte sich der Welt im menschlichen Fleisch. Er offenbarte sich als Herrführer, als Lehrer und als Arzt. Aber er hat sich noch nicht als Richter offenbart. Bei seinem ersten Kommen offenbarte es seine höchste Würde nicht auf sichtbare Weise, sondern er überließ es seinen Feind, Jüngern und Patienten aus ihm das zu machen, was sie wollten. Derjenige, dessen Urteilsvermögen gesund war, konnte ihn als Gott erkennen, verborgen im Fleisch, und zwar sowohl durch seine Worte und Werke, als auch durch seine Lieben der Güte und durch die himmlischen Zeichen bei seiner Geburt und seiner Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt. Derjenige, dessen Geist von irgendeiner bösen Leidenschaft verdunkelt war, konnte ihn nicht erkennen und als Gott anerkennen. Doch wenn er als Richter kommen wird, wird keiner in der Lage sein zu fragen, bist du er oder wer bist du? Denn alle werden in einem einzigen Augenblick erkennen, dass er es tatsächlich ist. Die Engel werden ihre Posaunen vor ihm erschallen lassen, sein Kreuz wird im Himmel leuchten, vor ihm wird ein verzehrendes Feuer einhergehen und ein mächtiger Sturm wird rings um ihn herbrausen. Dann werden die Gläubigen und die Ungläubigen, die Gerechten und die Ungerechten ihn sehen und den Richter erkennen. Dann werden sie und nur sie, die ihn schon als Gott kennen, in der Höhle und am Kreuz jubeln. Dies wird die wahre Freude sein, denn sie werden in dem Richter ihn erkennen, mit dem sie in den Krieg gezogen, von dem sie lernten und durch den sie Heilung empfingen. O herrlichster Erlöser, erbarme dich unser und berichtige uns vor deinem zweiten Kommen. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.